Der Punkt ist ja, dass es neue Brimstones geben wird, also die bringen dir gar nichts mehr, ich finde einmal, wenn das Eldon draußen ist. Ja, Nancy Gear bringt mir nichts mehr, wenn das Eldon draußen ist. Das ist eine Wurstetze, also was sollst du sagen? Ähm, ich hab grad gesehen, ähm, unter der Kategorie Healing, ne? Ja. Da, äh, das gradiert's mit anderen Fähigkeiten. Also bei dem hatte ich grad First Healing, obwohl da kein Healing drauf war, weil der Intechsuit hatte. Und dadurch mein Life on Hit, ja, erhöht worden wäre, passiv. Okay. Weil ich dann ja schneller angegriffen bin. Ist auch lustig, ne? Ready? Ja. 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 Echt da? Ja. Warum haben die sich alle auf die verpflichten Treppe gestaltet? Ich kann mir schon an als das so war, aber es schien mir so als hätten sie das mit Absicht gemacht Ich glaub das war hinter euch Hallo? Hallo? Ja ich bin da Ja ok Da redet's Tschüss Tschüss Baby-Gruppe Ja 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 Ich denk ja nicht, dass die Leute die Dinger nicht verpassen. Soll ich ja das viel früher schon machen sollen. Bei 2.0 hat uns das natürlich auch nie gesagt, ne? Was? Achso, mit dem, ja. Ja. Schön für sich behalten. Erst irgendwann, als ich den mal gefragt hab. Ja, die gibt das bestimmt mal für Schuhe aus oder so. Ja, ich glaube auch. So, kurz aus umschalten. Ich will nämlich keinen Sendern Einschaltquoten geben, die sich nicht verdient haben. Sehr gut. Ja, sowas wie Pro-7 oder so, ich kann das nicht abnehmen, sowas wie Tough läuft oder so, so ne Bullshit-Scheiße. Ich bin tot, ja. Ich bin tot, ja. Ich bin tot, ja. Ich bin tot. Alter. Leck mich. So, fast ein bisschen erschrocken. Ich darf sie direkt in die Bedeutung. Die bitte? Ich darf sie direkt in die Bedeutung. Ja, ja ja ja. Ja Loll Ja los Alter! Was machen die? Auch Wormhole ist das ok? Ok Deswegen hast du dich dahinten teleportiert Also man merkt schon, dass die Strahlenhänge rauf sind und die Strahlenhänge rauf sind Für sie Reaktion Klingel Abw mauer Abw mauer Abw mauer Abw mauer Abw mauer Abw mauer So jetzt endlich eine Legendary Offhand, Legendary Dirtel, Brust will ich noch, noch ein Ring, zum Beispiel Unity Nein, ich will keine Geschlecht, das ist ein Teil des Spiels Mach's doch ganz hartlich Ich bin da ganz behutsam Ich bin der Lüfter, ja, bei dir? Wie bitte? Das ist echt der Lüfter bei dir, ja Da ist nicht irgendwie ein Fenster offen oder so, dass man da so die Straßengeräusche hört War das jetzt die tolle Frage, wenn ich wieder weiter rauskomme? Ja? Da darf ich nicht Ach so, ja, das war so gemeint, ja Ja, aber nicht gerade so wenig Inhalt in der Frage Ich glaube, ich bin einfach nur müde Ich bin auch gerade nicht so, so kreativ No, ich bin schon der Wörter Ich würde inется Ich denke, ich werde gegen 18 Uhr noch mal ein Nickerchen machen, so eine Stunde oder so, vorm Training Doch, hier gar nicht, ey. Jetzt erzähl ich nur, warum ich ruide bin, ey. Ich war bis zu einem 1er ungefähr wach, aber... Ich glaube, er ist erst 8 Uhr raus. Ich bin ziemlich total müde Ich bin 6 Uhr. Oh, ich bin 6 Uhr. Ich bin 6 Uhr. Ich bin 6 Uhr. Ich bin 6 Uhr. Das ist dein Ding. Ja, kann er schon. Das wird ja auch so nicht überleben. Ich bin 5 Uhr. Ich bin 5 Uhr. Die Musik ist schön. Spannender als der Kampf. Extrem viele Steine mittlerweile. Lustig, weil ich hatte ja, als ich Zockstar gespielt habe, weil ich ja alles verkauft habe. Alle. Und ob das in den Zockstar-Seiten gewonnen ist. Weil der Wechsel so ist da ja 1 zu 5 oder sowas. Und ich hatte wirklich nichts mehr, als ich jetzt wieder angefangen habe. Das ist sowieso einfach mal das Los gezogen, ey. 3-4 Tage, um dermaßen aufzuholen, ist aber extrem. Einfach nur extrem. Alles Geld, ey. Das ist sowieso.